Musik Wir tun, glaube ich, vieles dafür, dass sich die Mitarbeiter bei uns wohlfühlen im Unternehmen. Dass man hier arbeiten darf, darauf ist man sehr stolz, weil sowohl alle Kollegen als auch ich selber, glaube ich, eine große Loyalität und Verbundenheit mit dem Unternehmen haben. Die auch wir dem Arbeitnehmer gegenüber leben wollen. Das ist uns natürlich auch beim Mitarbeiter wichtig, dass er morgens mit Freude zur Arbeit kommt, dass er sich aber andererseits auch hier entwickeln darf. Was mir von Anfang an sehr gut gefallen hatte, war, dass es ein familiengeführtes Unternehmen ist hier aus der Region. In der Tat haben wir hier eine sehr gute Zusammenarbeit. Das gilt einmal zwischen den Abteilungen, das gilt auch in den verschiedenen Bereichen. Ach, der Eifler ist einfach herzlich, der ist heimatverbunden, der ist für mich immer familienfreundlich, kollegial, wie halt meine Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, halt auch. Es macht einfach Spaß, mit dem Eifler zusammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit mit den Vorgesetzten finde ich immer sehr einfach. Wir haben keine langen Entscheidungswege. Die Türen stehen jederzeit offen. Also auch wenn man irgendwas hat, ist es nie ein Problem, einfach mal hinzugehen und die Dinge auf kurzem Weg zu besprechen. 100 Jahre ist ja schon ein großes Stück. Das schafft ja nicht jedes Unternehmen und man ist ja auch stolz, Teil dieses Erfolgs zu sein. Insbesondere wenn man schon seit Jahren dabei ist, erfüllt einen das mit Freude. Für sich die Bodenständigkeit von der Firma, da muss man wirklich sagen. Sein Arbeitgeber, der in ruhigen Fahrwassern das Schiff manövriert, es in den letzten Jahren immer wieder bewiesen hat, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Im Alltag bekommt man natürlich von Chemie nicht allzu viel mit. Hier wird es dann greifbar gemacht, weil man den Anwendungsbezug sieht. Es ist eine sehr abwechslungsreiche Arbeit. Man spät nicht stupide nur eine Anlage, sondern tatsächlich mehrere Tätigkeiten. Mal ist man zwei Wochen in der Anlage, mal zwei Wochen in der Anlage. Wir fahren verschiedene Produkte. Nicht jeder Tag ist der gleiche. Die Firma Greven ist halt sehr bemüht, alle Mitarbeiter sozial abzusichern. Es gibt aber auch hier viele Sachen, die wir machen. Grillfeste, Mitarbeiterfeste. Es wird immer wieder geguckt, dass es uns auch irgendwo gut geht. Nett. Nein, mein Chef ist zuverlässig, hilfsbereit. Ja, da, wenn es irgendwo klemmt. Und ja, man kann sich auf ihn verlassen. In drei Adjektiven, das ist schwierig. Langfristig orientiert, modern. Ja, Familienunternehmen, also fokussiert auf die Familie und auf die Mitarbeiter. Dass man wertgeschätzt wird, dass die Arbeit geschätzt wird und auch die Person geschätzt wird. Ich denke, das ist auch fast ein krisensicherer Job hier. Die Seifen und Flüssigseifen und Reinigung und Desinfektion, was wir hier herstellen und alles. Das wird gebraucht und das ist immer mehr. Glück bedeutet für mich, dass mir hier vertraut wird. Mir wird vertraut, dass ich hier jeden Tag mein Bestes gebe. Dass ich selbstständig, einständig arbeiten darf, dass mir Verantwortung übertragen wird. Ich aber auch immer jemanden im Hintergrund habe, den ich fragen kann, wenn ich eben sage, ich komme jetzt nicht alleine weiter. Ich wurde hier wirklich sehr gut angelernt, auch entsprechend lang genug angelernt, um hier wirklich dann auch Vertrauen zu kriegen in meine Tätigkeit, beziehungsweise hier auch gut reinzufinden. Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter und was wir zusammen mit unseren Mitarbeitern geschafft haben. Da möchte ich mich bei allen bedanken und hoffe, dass wir den Weg gemeinsam so weitergehen können, wie wir ihnen doch jetzt, gerade in den schwierigen Zeiten, recht erfolgreich gegangen sind. Ich habe immer gerne hier gearbeitet, die 33 Jahre. War immer alles okay.